Geh auf, Bruder, du stirbst! Diese Geschichte! Ich glaub, dass sie eh gerade am reparieren war. Ist das krank, Alter! Das war doch mal geil, Junge! Das war doch mal geil, Junge! Alter, übel! Ja man, wir zerstören alle deutschen Panzer hier! Wie geht der dir ab? Wo willst du die kuscheln? Wir haben einen deutschen Panzer! Gegner! Erledige ihn! Wer habt ihr nicht drauf? Halt durch, scheiß ich nicht! Er ist erledigt! Kuss mit! Das hat Scheiß nicht berührt! Halt durch! Halt durch! Wir gehen hier los. Wollen wir hier los! Wollen wir los, gehen los! Wollen wir los! Wollen wir los? Halt! Endo! Geschütze angreifen! Wohin? Was ist geschützt? Ich will alle deutschen Panzer brennen sehen! Zerstört sie! Jeden Einzelnen! Nehmt das, ihr Mistkerle! Bleibt bei ihnen dran! Bleibt dran! Achtet auf die Sichtlinien! Hier ist der Finch! Ziel ausgeschaltet! Komm schon, Bess! Lass uns jetzt nicht hängen! Angriff! Angriff! Machen Sie sie fertig! Panzer zerstört! Bleib konzentriert! Deutsche Infantrie! Angriff! Angriff! Feindliche Gruppe nähert sich! Wir sollten möglichst schnell nach Cornwall fahren! Direkt die Hauptstraße entlang! Aber genau von dort werden sie kommen! Edward, finde eine Position, an der wir sie erwarten können! Was hat das? Woh- Hu- Jetzt muss ich nicht mal wirklich! Beine! Die Haare nicht! Du bist ganz begeistert amusweit. Sie ist wichtig! Und du! Du bist ja in die Houtchrauben! Du bist ja in der Houtchrauben! Los, AdWords, unternimm was! Brenn, du Quastard! Der kleine Scheiße, Junge! Ich bin in Reichweiter, los geht's! Land nach! Hello! Was muss ich noch rüberringen? Alter! Warum das denn jetzt her, ey? Sehr gut, sehr gut, weiter so! Verdammte Axt, ey! Verdammte Axt! Keine Ahnung, wo das überall herkommt, auf einmal, ey! Oh Gott! Feindliche Gruppe nähert sich! Wir sollten möglichst schnell nach Cambrai fahren, direkt die Hauptstraße entlang! Aber genau von dort werden sie kommen! AdWords, finde eine Position, an der wir sie erwarten können! Das ist genau so, McManus! Sehr gut! Alles okay, fahrt weiter! Wir haben den kleinen Bastard! Ja, Ponser erledigt! Kurzo, zerstör den Winzling! Das kann doch nicht wahr sein ey, der kleine scheiß Dreckspanzer kommt immer von hinten Nicht, boah ey, das ist zum Kotzen Ah, Mensch Erledigt! Nice Ziel! Feindliche Gruppe nähert sich! Wir sollten möglichst schnell nach Combré fahren, direkt die Hauptstraße entlang! Aber genau von dort werden sie kommen! Edwards, finde eine Position, an der wir sie erwarten können! Das ist eine Position! Das ist eine Position! Was ist das? Was ist das? Wir haben den Kleiders, Bastard! Das war's, Fritz! Versuche, hinter sie zu kommen, da ist die Panzerung schwächer! Das war's, Fritz! Du bist dein Tod, der macht! Der gibt es! Erwischt! Dann wo ist er jetzt? Okay, los geht's! Aufbruch! Dann fährt er doch! Das war's, Fritz! Das war's, Fritz! Das war's, Fritz! Das war's, Fritz! Der Gegenangriff war lange nicht so hart, wie er hätte sein können. Da kommen noch mehr. Dann verschachsen wir uns hier und kämpfen. Dann soll Bess mal machen, was ihr am besten könnt. Auch nicht schlecht, ey. Da kommen noch mehr. Was ist der Hintergrund? Musik Eine rollende Festung bringt in die Schussposition, Helwurz. Musik 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 Musik